In A, ne? Ja, in A. Du wirst ja wie ich fahre, ich drück da ja mal rein. Jaja. Was? Oh nein? A. Ich fahr ins Cap, Jürgen weiß wie ich fahre. Ich drück da ins Cap rein, das ist mir egal. Keine Probleme mit. Das eine Spiel hatten wir dadurch gewonnen, wo ich da in das B Cap reingedrückt bin. Ich hab zwar da übelst auf die Fresse gekriegt, aber dadurch, dass der Mike dann Radar zünden konnte, hatten sie... Ja, ich bin zuerst reingestorben. Ja. Aber wenn ich da nicht reingefahren bin, dann bin ich da nicht reingefahren, dann bin ich verloren. Ja. Deswegen, ich fahr mit dem Schlachtschiff mit, das hab ich mir so angewöhnt. Was bringt mir das denn, wenn ich da hinten hier bei J6 rumcampe? Nein, bringt ja nichts. Du musst auf Entfernung, du musst ran, damit die Sekundär wirken können. Ja. Aber das haben ja viele Schlachtschifffahrer. Was sind denn das für AFK-Bobs? Dümpeln auf 10,6, dass die Sekundäre schießt, aber dafür sind die Schiffe ja da. Gibt's ja genug Idioten, die bei Facebook so nen Scheiß schreiben. Ja. Und die, äh, Friedrich der Große und die Bismarck, die stecken viel zu viel Schaden ein auf Entfernung, wenn sie von der Entfernung beschossen werden. So ist das. Ja. Kommt das schon mal. Ja. Ja. Die Eier war auch da, das war klar, sonst hätte er nicht 40.000 Schaden. Naja. Kommt nicht mehr ran wegen der Insel, mal gucken, wenn ich ein bisschen weiter... Ja. Vielleicht 3.000. Jawohl. Ja. Aber nur 1.300. Das ist, das ist lächerlich. Weißt du was? Ja, ich weiß. Da ist der Eier. 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 Ich habe ihn auch mal 4-4 gezogen, der York. Da ist der Eier. Du meinst, du musst auf mich schießen, schieße ich zurück, wo Eier kommt. Jetzt hat er Glück gehabt. Ja, ja, und ich komme nicht über den Felsen drüber weg. Oh, 5-8 habe ich ihm gezogen, der Eier. Was sagt ihr hin? Jörg, schießt meine Sekundäre drauf. Die Eier hat sich festgefahren. Sehr schön, da komme ich nicht mal ran. Ich gehe auf die Hipper erstmal da drüben, dass der mal von mir eine kriegt. Die Hipper steht. Die Hipper steht. Die kriegt von mir jetzt. 3.000 nur. Also wie gesagt, die Hipper steht. Jetzt beschleunigt er. Manchmal. Ja, er reinigta. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020